Die Wirt schlägt erlaubt, die Bionade wird warm, es ist Frühling in Prenzlauer Bern. Das Eis, das taucht auf, der Hund und Kohl auf, es ist Frühling in Prenzlauer Bern. Männer und Frauen vom Ordnungsamt vollziehen ihr Tagebär. Wer in der Pakt auf dem Kolmitzplatz wagt, es ist Frühling in Prenzlauer Bern. Die Stieflucht, die Spriesen, die Spieserwiesen, die Frühling in Prenzlauer Bern. Das Gewissen ist rein, nur die Jungusseid im Frühling in Prenzlauer Bern. Die Schatten, nur noch mal am Fenster, und unten gibt's ein Feuerwerk. Das brennt da, oh je, das ist mein Wille, fehlt. Vielleicht sollten wir etwas freundlichere zu den Kulten sein. Kundenfreundlichkeit ist uncool, wir sind in der Lied. Nächstes Mal, sag doch nicht er am Fett. Sie ist die Nummer 1, alle Wölde mitgetaucht. Sieh allein, dass mein Zimmer kam, woher auf den Kursen. Wie die Sinti aus dem Lächster, sonst bin ich noch nicht rum. Wir beide sind Franz Kinder, denn Kinder gibt es froh. Die Kinder sind ja ganz selten, sonst sind nur Soloshow für Free. Biddy, der Großstadt Kürtter. Biddy, der Großstadt Kürtter. Ist das so Massage-Salon? Was, wieso Massage-Salon? Was? Ich hab' das Fenster gesehen! Hva? Eben, treff' ich Dieter! Ja, du guckst, du warst von dir zwei Kinder? Na, dass du aber auch warst von dir gucken! Jetzt hab' ich die Kinder endlich mal aus den Füßen! Ich hab nur ne halbe Stunde, bitte können wir gleich anfangen. Ich brauch irgendjemanden, der die mal ein bisschen locker kriegt. Stimmt. Haben wir uns heute nicht schon mal gesehen? Nein, egal, ich mach dich mal frei. Nee, bitte, das brauch ich nicht. Und Adoptik ist man doch auch nicht mehr, oder? Die Spucke auf den Schultern und die Ringe unter den Augen und ständig zuppt nur mild aus deinen Krustwagens. Von diesen, von diesen nimmer satten Markieren. Das macht sich echt nicht schön auf dieser Tag. Diese Ausgabe beschäftigt sich mit dem ultimativen Test. Das, was die Leute wissen wollen, wir recherchieren knallhart und investigativ, wo es sie gibt, die beste Latte. Und ich muss sagen, die Latte liegt hoch. Wird man hier die Latte reißen? Und am liebsten im Laden besitzt der Thomas alles Latte. Ach, da kommen sie ja schon die Zutaten hoch. Hier hab ich eben besorgt. Prima, und ist die schon aufgeschäumt? Die ist schon... Hä? Die ist schon aufgeschäumt? Ja. Helena, hat das gut getan? Ich fühl mich irgendwie leichter. Was kriegst du? Ich hab ja schon was genommen. Ich meine ich! Nicht so zu sehen ist mir lohnt genug. Denn nur so krieg ich mit Frank jetzt Heim und Garten. Hallo, man muss nicht mehr länger auf mich warten. Vielleicht werd ich mit Thomas noch mal starten. Bei denen, die mich kennt und die gehen lieber heute. Ich hab ne Lade. Ich hab ne Lade. Ich hab ne Lade. Ich hab ne Lade. Wir haben ne Lade. Wir haben ne Lade. Ich hab ne Lade. I N N I N words. Und dann ne Lade. Und dann ne Lade. Polaktiv! Wie wär's, wenn die Vögel nach dem Vögel nicht fliegt? Polaktiv! Polaktiv! Das ist die Anti-Macho-Bizzi! Entweder Polaktiv! Nicht für sie, nur für ihn! Sie liebt mich, du bist reich, doch ich zieh' hier runter. Für sie bist du das Leben, doch für mich bist du der Tor. Lass uns auch mal probieren, schalala! Wir gehören uns von Hexin, schalala! Ohne Versteuerung, als Grund erneuerung den Altbau zu sanieren. Alles! Luftwunschbar! Es ist nichts wie Gano! Luftwunschbar! Ich bin für uns Süriches! Luftwunschbar! Und dazu besparen wir doch gleich mal ein Opfer von der Straße. Braucht ihr sie? Was? Wie sind die Büsse mit ihr jetzt von der Osten auch fest? Oh, ja, also, oh, Herr von Steinert, mit der erste Zeugung, um Kaffee vorbei, oder? Ich bin enttäuscht! Möchtest du eines Tages voll Lola Jane stehen? qu xochit unterbinden Weil du bei dir sie in ihrem süßen Rollenzöpfen und in ihr hübsches Gesicht spawnen kannst. B� mir, Lola, aber du existierst nicht! Deine Zeugung war mir zu unzeptiv. Wartest kalt und schwer, klagt einem Traum hinterher. Dir ist leicht, ja ich kenn das Gefühl. Gehört Ihnen der etwas? Gehört Ihnen auch mal eine Kaffee-Kube? Sie sind Mistpunkt von Statt. Ich bin kein Lohnerschwätzchen. Sie sind falsch und gemein. Ich bin ein Lohnerschwätzchen. Sie sind das Phantom, das ich hier lage. Ich glaube, ich werde es sagen, auf Kuba am Muttertag. Thomas betrug, meine Damen und Herren, ich habe noch einen Namen. Die Eltern sind nämlich nicht betrug, mit älteren Fritzchen. Ich werde mit Thomas nach Kuba fliehen. Oh, Schätzchen, Köpfe, die alle liebende Mutter. Thomas gehört mir allein. Und sie ist mein Zuhause wie ein. Wir sind jetzt zwei Mörder auf der Flucht. Für die Bonnie und Clyde. Die Stelma und Louise. Wie heißen die beiden aus Natural Born Killers? Hänsel und Grieche. Ja, man könnte Vater sagen, aber Amanda, was trifft, ist ein bisschen wie ein Volkanz. Wissen Sie, ich dachte, warum soll eigentlich immer noch nicht in den Augen gewolken werden? Es ist nicht schön, wenn das Böse siegt. Von dem Guten das Herz reinpiekt. Wie ein Kind der Natur des Guten. Auch wenn der ganz nahartig auf dem Herz zu bluten. Schön, wenn das Böse siegt. Ist es nicht so lang. Urlaub nach Kuba fliegt. Tieren und schifft alles Wasser. Du weißt, was gut ist im Bauch. Das tut es zwar auch. Aber das Böse schmeckt an Kuba fliegt. Gut und böse, schwarz und heiß. Kaffee und Milch, kalt und heiß. Waren Frau, Liebe und Hass. Jemand, 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 jemand und schwarzt. Es ist nicht schön, wenn das Böse siegt. Doch wenn das Böse bliegt, vom Hals auf bliegt. Wenn das Gute einfach zum Zag ist. Unser Blinde und dieses Gute schallt. Schön, wenn das Böse siegt.